Hallo und herzlich willkommen zurück bei dem zweiten Let's Play auf diesem Channel, gespielt von Markus in Solo, also Markus Solo, nein, nicht verwandt und nicht verschwägert mit Haaren Solo. Wir spielen Among the Sleep und ehrlich gesagt, nach der ersten Folge musste ich erstmal in den nächsten Einkaufsladen und mir neue Pampers kaufen. Und das ist nur der Anfang. So, in der ersten Folge hatten wir ja einen Trip geschoben, warum auch immer, ich weiß nicht, ob es am Kuchen lag oder ob es dieser verschrogene Teddybär ist, der mich in den Schrank gezerrt hat und damit gingen ja all diese komischen Sachen los. Jetzt sind wir mitten in der Nacht aufgewacht, der Teddy ist verschwunden, den wir mittlerweile hochgepackt haben und haben ihn hier in der Waschmaschine gefunden. Und nun gehen wir die Mutter suchen. Ich bin echt gespannt, wie sich dieses Spiel hier entwickelt. Ich gehe hier allein schon zur Tür raus und habe direkt schon der Gänsehaut. Jetzt erst rechts. Alter. Ich bin zwei, Mann. Gut, wobei ich glaube, der eigentliche Horror ist, dass ich Kevin heiße. Nein. Für alle Kevins, die zuschauen, das ist nicht böse gemeint. Ich weiß nicht, was man hört. Was zum Teufel ist hier passiert? Okay. Gucken wir doch mal. Oh Gott. Hat die Mama etwa The Wing geschaut? Eigentlich soll ich um die Uhrzeit ja noch kein Fernsehgubben gucken. Was? Was? Ich bin hier nicht rein. Ich habe Angst, mich umzudrehen. Okay. Auch nachts läuft auf RTL nur Schwachsinn. Ja gut, wobei ich glaube, die Uhrzeit technisch ist total egal, wann man in RTL guckt. Schwachsinn kommt da eh nur. Ich bin hier nicht rein. Das ist eine Anlage. Ich bin hier nicht rein. Ich bin hier nicht rein. Alter. Wo? Was? Pff. Alter. Ich will nicht. Wo wohnen wir? ich habe nein ich habe keine angst ich bin ein Stück Kuchen, lass mich in Ruhe ein Apfel Teddy, es wird Zeit, dass ich dich drücken darf Alter ich glaube jetzt einfach hier drin so, das Spiel ist zu Ende ich bleibe jetzt hier bis Tag wird du bist dran jetzt häng ich hier an der Tür fest oh boah wie ich einfach Dauer Gänsehaut habe ich dachte schon, was ist das denn hier hallo, Tür muss ich mir sagen, du bist verschlossen achso ich habe fast überhaupt nicht ich brauche den Stuhl ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier doch, das wird nicht nicht viel bringen ich habe keine Kuchen okay doch Mami? Hallo? Boah, Junge, okay, was ist das, ich, äh, oh, was, jetzt leuchtet er auch so, oh, alter, ich will hier raus, hallo, ich will raus, äh, ich, denke ich lieber, oh, gute Schuhe, lieber in den Wald, alter, wer stellt denn hier sowas hin, pff, oh, Gott, warum spiele ich das nur, okay, er speichert, muss ich eigentlich die Bilder sammeln, oh, guck mal, kann ich das nehmen, nee, Erzschlag, Erzschlag ist nicht gut, glaube ich, ich muss kurz mal den Teddy umarmen, damit meine Gänsehaut weggeht, so, Ich möchte so einen Teddy auch in echt haben Hallo? Ich glaube tatsächlich, ich schaffe es nicht länger als eine halbe, dreifache Stunde, dieses Spiel am Stück zu spielen, danach bräuchte dringend Pausen. Ja, ja, nennt mich ruhig, Weichei, spielt das mal selber, schön mit Kopfhörern. Boah, ist, ne, 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 also ist tatsächlich vom Feeling her, von der Atmosphäre bisher echt gut gemacht. Oh Gott, ich will nicht hier rein, sondern hier hinten, nichts, schade, na dann, da steht bestimmt jemand. Oh Gott, was zum, das ist das Schlafzimmer, okay, Raumtrenner, bei Ikea gekauft, ich verstecke mich erstmal hier unten drunter. Ja, das sieht nach Büro aus. Jetzt macht meine Wohnung auch noch komische Geräusche. Das ist natürlich sehr fördernd für meine Stimmung. Okay, ein einzelner Schuh. Und dann wollen wir mal die nächste Tür öffnen. Und was verbirgt sich unter Tor 3? Was hat das mit diesen Bildern auf sich? Oh, das sieht aber traurig aus. Ich glaube, ich habe übrigens in unserem Zimmer, ich glaube, da lag das erste Bild, das habe ich da, glaube ich, liegen gelassen. Also, ich glaube, das habe ich vergessen, Einzelsammlung. Jetzt komme ich hier gleich nicht rein. Nicht Zwerg, wie kriegen wir das jetzt hin? Hm. Können wir die durchgucken? Ne. Da ist ja bestimmt wieder irgendwas zum Klettern. Reicht das? Ah, verstehe. Na dann. Das ist ein Klet für kleine. Hallo? Hallo? Mami. Okay. Oh, oh. Speichern ist doch nie ein gutes Zeichen. Ich glaube, ich werde dieses Spiel einfach so feilen. Oh, oh. Was? Was war an dem Kuchen, Mann? Kann mal irgendjemand das Jugendamt anrufen? Ich glaube, meine Mutter hat mir Drogen gegeben. Hallo? Oh, ein Schleifes. Was haben die denn hier für Klamotten? Sag mal, ich habe nur schwarze lange Mäntel. Oh, oh. Oh, ja. Schon wieder. Äh. Ah, ich dachte, die Tür ist offen. Was ist das? Hat sich wieder irgendjemand nicht gewaschen. Mami? Bist du's? Hallo? Warum geht das nicht weiter auf? Über da rein? Äh. Na, super. Was steht da? Icke-Frohkost. Ost. Päh. Will ich nicht. Bäh. Geh weg. Bäh. Bäh. Geh weg. Bäh. 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 Oh, nicht schon wieder. Was zum Teufel war das? Oh, Licht. Kann einer die Musik ausmachen, bitte? Was? Was? Was läuft auf RTL? Nichts? Was ist das? Krass! Krass! Ähm, ähm, okay. Also ich glaube wirklich, dass mir irgendjemand Drogen gegeben hat. Dann laufen wir doch da einfach mal rein. Was ist das? Was, aber du kriegst mir auch nicht viel. Alter! Haha, kannst du deine Reflexion sehen? Es ist sie, aber... Es scheint mehr als... ...eine Erinnerung. Kann ich zurück? Kann ich jetzt hier... Okay, kann ich. Es hilft ja nichts. So. Angriff ist der D. Was... So... Mhm. Und... Und was... Kann man? Kann man es probieren? Es ist... Oh. Okay. Jetzt... Entschuldigung. Etwas nervös. Tschüss. Ich glaube wir müssen da rein. Ja, wir sind gut. Uh, geht's! Wurzeln! Ich schaffte das. Wurzeln! Wurzeln! Ja, bist du okay? Woah, was ist dieses Ort? Wo bin ich? Alter... Hänsel? Gretel? Ein Spielhaus? Was ist das hier? Ist es geschlossen? Ich kann es aus dem Inneren öffnen, wenn du mir helfen kannst. Woah, schau an dieses Ort. Was ist das? Schau. Da ist es wieder. Es klingt, als ob es von hinter dieser Tür kommt. Es muss ein Weg geben, um es zu öffnen. Es scheint, dass diese irgendwie verbunden sind. Ich bin echt mal gespannt, was hier passiert. Und warum das passiert. Ach so, ich bin echt. Ich bin echt nicht so, was hier passiert. Ich bin schön, ich bin echt weg, aber es war so. Oh, oh, ich hab's kaputt gemacht. Was ist passiert? Warum hat es nicht öffnet? Hm, wir finden einen Weg, um es öffnen. Was denn? Ach, da war's. Okay. Könnte ich das nochmal öffnen? Nee. Ist auch nichts drin. Ich mein, ich könnte jetzt hier... Ach komm, ich hab ja sonst nichts zu tun, wir räumen hier ein bisschen auf. So, mal gucken, ob das irgendwas bringt. Ich glaube ja tatsächlich eher nicht. Was liegt da auf dem Bett? Gucken wir uns doch direkt mal an. Ach, das kann ich nicht mitnehmen. Was ist das? Menschen. Menschen im Glashaus. Warte mal, das hier müsste der Ofen sein. Das hier müsste das Drehrad sein. Das da müsste das Drehrad sein. Schon wieder. Sind das hier die Bilder, die ich gesammelt habe? Was hast du gefunden? Hm. Hm. Es ist ziemlich klein. Aber es sieht aus, wie meine Pauze fit sind. Hm? 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 Es ist ein Button! Das ist es. Ja, schön. Und jetzt... Oh, 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 oh. Ja, Teddy, du machst das. Wenn du sie mit ihr vergleichen mit ihr, unlockst die Tür. Vielleicht, wenn wir mehr Erinnerungen finden, wie diese, es könnte uns zu bringen. Es sieht aus, wie wir drei mehr brauchen. Ich wundere, wo das uns nehmen wird. Und ehrlich gesagt, es schreckt mich ein bisschen. Aber keine Angst. Ich mache mir mein Bestes, um dich sicher zu halten. Beide mich an, wenn du bereit bist. So ganz im Ernst, ich habe erneut die Faxen dicke. Deshalb endet diese Folge jetzt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschö mit Ö.